Ich hatte einen Traum. Sie hatten einen Traum? Ja. Erzählen Sie mir davon. Ich träumte von der Zeit vor der großen Besiedlung, bevor das Eisschmolz und die Bergbauunternehmen kam. Ich bin seit über einem Jahr hier unterwegs und überall finden sich Zeugnisse dieser Zivilisation, aber kein einziger Mensch. Sie tragen uns durch eine Welt, die noch vereinzelt die Spuren einer gescheiterten Herrschaft trägt. Er träumt. Sie wissen, was das bedeutet. Die Rückkehr des Unbewussten. Die破kehr des Unbewussten. Vielen Dank.